YouTuber, Gamer und GamesClub Abonnenten, diese Nachricht geht an euch alle. Die waren für eine lange Zeit weg, doch dies wird sich ändern. Wir kommen zurück, mit neuen Ansprüchen und mit neuen Qualitäten. Alles weitere erfahrt ihr in den nächsten zwei Minuten. Es hat zwar Spaß gemacht mit GamesClub, doch wir müssen vom alten Abschied nehmen. Wir starten neu durch, mit höchsten Ansprüchen. Wir laden immer in HD hoch, wir haben neue Mikros und neue PCs. Wir haben für sämtliche Games und TeamSpeak 3 Server. Außerdem, let's playen wir mehr aktuelle Games. Ebenso haben wir die Möglichkeit, andere PS3 Let's Plays zu machen. Und die Videos werden mit Intro, Outro und schönerer Bearbeitung ausgeschmückt. Das alles nennen wir GamesClub, die neue Staffel. Und Leute, ab diesem Zeitpunkt, genau ab diesem Zeitpunkt, ist GamesClub neu eröffnet. Euer GamesClub kehrt mit besten Qualitäten wieder zurück. Neue Mikros, neue PCs und vieles mehr. Außerdem neue Games, neuer Server. Alles, was ihr euch erträumt, in besten Qualitäten. Feiert das mit uns und guckt unsere Videos. Viel Spaß beim Zuschauen, euer GamesClub Team. Feiert das mit uns und guckt unsere Videos.